hallo youtube wir sind hier in der kabine des des schweren verbrechers müssen diese die plasma ausschalten anscheinend jede ecke kann man hier kämpfen gut zum leveln ist dieser bereich hier beim team plasma aber auch schrecklich denn ich hasse team plasma doch eigentlich ich möchte beitreten genau ich möchte beitreten bei team plasma wie geht das kann man das irgendwie bei der story nennen stell dir vor es gibt so ein pokémon-spiel da ist man bei bei team plasma oder so immer bei team rocket oder bei team 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 magma stell dir vor so ein fehlspiel so hallo ich bin team plasma äh team team hat man oder team aqua beim treten nicht bin ich bin bescheuert ja das ist mal wieder eine art idee von mir wäre auch mal geil wenn man so bei team plasma startet ist man also in so einem versteck ne und dann muss man den helden ausschalten klatsch 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 einfach umgekehrt ist man stadt der stadt der helden team plasma boah und danach muss ich mal auf toilette ich weiß auch nicht warum ich das sage aber ich muss mal scheiße war das ist ja mal das höchste was ich dir sagen muss in dem video ja heute hast du geholzt sagt da und feiern wir ja ja So ist der Endungszaden in einen großen Ballplatz eingefallen? Noo! So ist das zu süßen? Ja! 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 Ich weiß, ne? Als ich noch 20 Abonnenten habe, dann waren es 21. Hahaha! Hahaha, das war ein Witz der Scherz. Ha, ha, ha! ich weiß nicht ob das so ist wenn wenn ihr das gerade sieht aber dass der ton ist wirklich scheiße wirklich also und danach kommt so eine katz der katz kommt aber erst in 20 minuten über 30 jaja 30 weil mal je müssen nein ja hey das mit den dinger da die grünen punkte das ist so ein reiziger muss man mal jedes mal drauf und drauf was war das und ich weiß war nicht warum da gerade geguckt wurde bei team plasma schon heißt es mittagessen oder es heißt gestation da ist ein böser mensch wo das heißt also erst mal so erst mal mittagessen alle fliegen für alles gibt hier nur damit die spagetti bolognese mitte du bist so so was war wirklich ein mit 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 dem machten so ja ich kann das scheiße also die jetzt haben wir gerade erst vor 20 tagen auch schon gegessen ja 20 tage lang ist nur nur den mit dieser rote grütze und von einem team platz mal wird ja auch angezeigt mit der vision mit zekrom das ist auch schon mal eine info an mich vielleicht haben wir gesehen ich weiß ich doch schon ein pokémon index eintrag und ja ich weiß mal schon was danach passiert ich sage es aber euch schon jetzt schon schlechte nachrichten also die letzten die nächsten nächste mal sehen wir uns dann wieder hier und ja ich bin ich steig schluss machen ja keine ahnung wo man bei team plasma noch hin muss ich glaube ich bin noch eine rolle also ich glaube eher dass man die noch mal treffen werden und dann aber wir haben noch diesen magma sie kann man magma entwickeln lassen müssen aber nur tauschen können hahaha hahaha mal wieder der ganz größte scherz war mir jetzt habe ich mir auf den armen warum das denn ist eklisch so und wenn man helfe braucht beim zahlen warum ich kann gute zäune bauen habe ich festgestellt so holz bretter so ja die rinde ab macht so wie sie mit so mit so spaten dann dann müssen wir noch schmörgeln maschine ja dann kann man da aufhängen so das waren so bretter halt so bretter die vom baum sind holz kommt vom baum ja 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 der schlaueste du bist ja der schlaueste schlaueste du bist aber schleuste so die aufnahme geht noch 20 minuten dann sage ich das überhaupt keine ahnung weil schlangeweite habe ja 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 sagt sagt dort an die vorne in die zucker block sagt an existen in die zucker block so alles sing ich mal das lied erwarte jetzt ist das nochmal work hard play hard hard work hard play wie es kann lieber work hard play oh yeah und play und work hard play hard hard ich habe ich nicht habe ich nicht am scherz ich habe ich nicht habe ich nicht am scherz ich habe peach im bikini und daisy im bikini und ich habe nichts so da war ich einen kleinen cut und wir sind zum nächsten mal ja 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.